Hallo Freunde, Willkommen zurück. Willkommen, Willkommen, Willkommen zurück. Ich habe gerade das Candy Roleplay gedreht in der Weihnachtsbäckerei, wo ich euch mit Süßigkeiten füttere. Und dabei habe ich entdeckt, dass die Süßigkeiten voll die guten Geräusche machen und die kamen leider viel zu kurz in dem Video. Sonst wäre das Video eine halbe Stunde lang geworden. Und da habe ich ganz spontan entschieden, diesen Süßigkeiten-Sounds ein extra Video zu widmen. Und das mache ich jetzt. Okay. Ich war echt, echt überrascht, was die für Sounds machen. Das wird auch ein etwas langsameres Video. Nicht wie meine Candy Roleplays und so weiter. Lecker, 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 lecker. Wie konnte ich dem kein eigenes Video widmen? Das ging doch gar nicht. Wie soll ich den Sinn, das soll? Das soll ein sanftes Trigger. Sanftes Tun. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh. Wer soll das alles nachher essen, wenn ich es angetatscht habe? Ich habe gerade Staub gesaugt und dann habe ich alle Süßigkeiten ausgepackt und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt los ist. Okay, dann fand ich, ach, das Spekulatius macht auch wirklich kein Geräusch. Die Kerze macht gerade bei uns Pause. Die muss wieder abkühlen, damit ich sie nochmal dran zünden kann, sonst ist sie ja, die wird flüssig. Das Mandelspeckelatius macht bestimmt die gleichen Geräusche. Aber dennoch, wir müssen es extra behandeln. Oh je. Oh mein Gott, Lord Jesus. Oh. 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 So haben wir hier noch die Fikirchen. Das ist ein kleiner Schneemann. Mein Gott, zum Glück habe ich dieses Video gemacht. Oder mache ich es gerade? Das sind echt nice Geräusche. Chocolate, chocolate, chocolate. Oops. Chocolate, 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 chocolate. Das ist eine Wolke grümmet. Nochmal kann ich es nicht durchbrechen, glaube ich. Ah nein, das ist so dick. Ah nein, das ist so dick. Ich habe das auch noch einiges gemacht. Das ist so dick. Ich entgrümel mich kurz Die Pfeffernüsse waren auch geil Die Pfeffernüsse waren auch Die Pfeffernüsse waren auch Die Pfeffernüsse waren auch Dann irgendwo reintunke Dann essen, essen, essen Das kann ich natürlich auch zerbrechen, hier alles Fokus, ich habe noch eine Femme Fokus, ich habe noch eine Femme Ich werde Tuck, 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 tuck. Oh, Ellen muss noch mal schtoph's. Okay. Es ist Chilie da immer. Und es ist auch Zainando, ok? Zainando, Zainando. Chilie, Chilie, Chilie. Chilie, 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 Chilie. Chilie, Chilie, Chilie. Chilie, Chilie, Chilie. Chilie, Chilie, Chilie. Hier bin ich Camera. Chup. Chup. Chup, 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 chup. Jamjamjamjamjamjamjamjam. Desジタ依 ita el Van Suber. Okay. so reproduzieren sie sich übrigens oh das war jetzt unspektakulär, der Sound war unspektakulär, echt cute, 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 cute pop 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 wollen wir nicht noch so eine große Neucapotement ok, zuerst, das war schon mein Gesicht Baby warte, warte, warte lecker, 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 lecker habt ihr nicht alle Lust auf Süßes jetzt bekommen? also wohin sollte ich das klippen? ok, nochmal zerbrechen oh, das ist so ein gentle Sound geil, oh mein Gott, ich glaube mich kann man auch bald essen, so vollgekrümelt wie ich bin ok was haben wir noch nicht genommen? my good love cheese Entkrümelungsaktion, por favor ich hätte mir irgendwas auf den Schoß legen sollen und das mache ich jetzt und das mache ich jetzt ok, Freunde ähm mein Sound ist stehen geblieben bei 15 Minuten und ich habe keine Ahnung was ich schon gezeigt habe und was nicht aber ich muss einfach immer mein Laptop anfassen, damit ich kontrolliere ob es aufnimmt oder nicht ok ich muss jetzt ganz scharf überlegen ich glaube das war bestimmt nicht mehr drin die Marzipankügelchen 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 ich habe sie ganz einfach zerquetscht 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 und noch eins und Quem Staatsummel aber ich komme manchmal ans kabel das war bestimmt auch nicht drin, das Schokoherz. Das macht leider keine guten Geräusche, viel zu gentle. Deshalb habe ich das auch ganz einfach gezeigt mit der wundervollen Füllung hier. Lecker, 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 lecker Füllung, lecker, lecker, lecker Füllung. Ich glaube, ich muss duschen nach diesem Video. Und kann sein, dass ich eine Kokosmakrone, also dass die auch noch drin war und es wurde nicht mehr aufgenommen. Der Sound. Mögt ihr so ein Backgroundwissen eigentlich oder soll ich einfach so tun, als wäre nichts passiert? Aber ich mag es eigentlich euch zu erzählen, was Sache ist. Dann machen wir sie kaputt. Es macht keine richtigen Sounds. Also wenn sie auf den Boden fällt. Mögt ihr Kokos? Ich mag Kokos. Poundy, Poundy, Poundy. Okay, ich hoffe, sonst ist alles drin. Und ich muss jetzt heftigst aufräumen. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo auch immer ihr euch gerade befindet in der Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Christmas-Video wieder. Okay, bis dann. Bye, bye. Bye. O, okay. So形.